15. Kanada ist eine multikulturelle Nation, das bedeutet Erster, dass es aus drei verschiedenen Gruppen von Oreen-Wohnern besteht, die Metis, die First Nations und die Inuit. Zweiter, die Bevölkerung besteht aus Menschen mit vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen. Dritte Menschen, die aus anderen Ländern einwandern, werden davon abgehalten, die Traditionen ihrer Heimatländer zu erhalten. Vierter, es keine kanadische Weltanschauung gibt. Benutze die folgenden Informationen, um Frage 16 zu beantworten. Das kanadische Unternehmen Enbridge hatte bei der Bundesregierung eine Erlaubnis für den Bau einer Ölpipeline zwischen Alberta und der Küstenstadt Kittimat in British Columbia beantragt. Sie sollte Rohöl zu den asiatischen Märkten transportieren. Da die Pipeline durch viele verschiedene Siedlungen und einige ökologisch sensible Gebiete führen würde, hielt die Bundesregierung eine Reihe von Hearings ab, um herauszufinden, was die Bevölkerung von der Pipeline denkt. Mehrere First Nations gaben bei diesen Hearings Präsentationen ab. Obwohl sie die wirtschaftlichen Vorteile der Pipeline positiv wertschätzten, befürchteten sie, dass der Bau der Pipeline an verschiedenen Punkten heilige Plätze zerstören würde. Außerdem befürchteten sie, dass ein Pipeline-Lag Umweltschäden anrichten könne, darunter auch eine Vergiftung ihrer Wasservorräte. Sechzehnter Die Informationen geben einen Erster Standpunkt Zweites Weltbild Dritte Meinung Vierte Perspektive Dritte Meinung Dear Dritteσ Rong